Eigentlich wünsche ich mir, dass wir irgendwann mal so einen Sprung machen, dass wir so leben, als ob wir ständig auf LSD sind. Hey und herzlich willkommen zurück beim Set & Setting Podcast. Hier spricht wieder Jascha und ich darf dich herzlich willkommen heißen zur 29. Episode dieses Podcasts. Und heute präsentiere ich dir wieder ein super spannendes Gespräch mit Wolf Milko Weinreich. Und wenn du ihn noch nicht kennst, dann möchte ich ihn dir jetzt mal kurz vorstellen. Er ist ausgebildeter Suchttherapeut und Diplom-Psychologe und hat in seinem Leben wirklich viel mit Menschen zu tun, die Probleme mit Substanzabhängigkeit haben. Darüber sprechen wir unter anderem, aber auch über viele andere interessante Dinge aus seiner Vergangenheit vor allem. Er ist in der DDR geboren und wir sprechen zum Beispiel über die Drogenpolitik in der DDR und wie es damals war, Cannabis zu rauchen. Wolf hatte zum Beispiel auch mal HPPD, das ist das Hallucinogen Persisting Perception Disorder. Und das kommt auf, wenn wir nach einer psychedelischen Reise immer noch psychedelische Halluzinationen haben. Das heißt sozusagen, wenn der Trip einfach nicht aufhört. Darüber berichtet Wolf aus erster Hand und er erklärt auch, wie er das dann wieder losgeworden ist. Und das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Aber Wolf hat nicht nur Selbsterfahrung, sondern er hat auch wirklich sehr, sehr vielen Menschen geholfen bei ihren Problemen. Und zum Beispiel hat er auch mal in einer Notunterkunft für Drogenabhängige gearbeitet. Und war viel auf Festivals unterwegs, um dort Menschen, die gerade Probleme mit ihrem Trip haben sozusagen, weiterzuhelfen. Was er auch sehr gut kann, ist, dass er Menschen nach ihren Trips wieder zusammenflickt, wenn sie sie nicht verarbeiten können. Und er war auch lange therapeutisch tätig in seiner Praxis. Und heute sprechen wir über diese ganzen Themen und das nicht nur so oberflächlich, sondern wirklich sehr tiefgehend. Ich finde das sehr schön, dass Wolf da so offen spricht und auch da kein Blatt vor den Mund nimmt. Das ist echt super entspannt für mich, auch so ein Gespräch zu führen. Was ich hier an dieser Stelle noch sagen möchte, ist, dass wenn du jetzt persönlich Probleme mit einer Sucht hast und aktuell in so einer Situation bist, dann kontaktiere am besten den Sozialpsychiatrischen Dienst. Den gibt es in vielen deutschen Städten oder auch die anonyme Online-Suchtberatung der Caritas. Die werden wir auch unten verlinken. Aber es geht natürlich jetzt hier beim Podcast gar nicht so viel um Sucht, sondern um viele, viele andere interessante, lustige Geschichten rund ums Thema Psychedelika, Bewusstsein und Spiritualität. Und deswegen würde ich jetzt sagen, wir legen jetzt los. Ich präsentiere dir Wolf Mirko Weinreich. Freut mich, dass wir jetzt heute dieses Gespräch führen können. Lange war es geplant und jetzt sitzen wir endlich hier. Wie geht es dir denn heute? Ja, mir geht es gut. Ich bin natürlich ein bisschen aufgeregt, weil es komisch, aber so ein Podcast oder überhaupt in der Öffentlichkeit stehen ist eigentlich nicht so mein Ding. Ich sitze immer lieber und schreibe oder arbeite so voll mich hin. Ich bin eigentlich nicht so der Öffentlichkeitstyp. Aber du hast ja eine Website, auf der du öffentlich sogar über Psychedelika sprichst. Das ist ja schon mal mutig. Ja, es ist eigentlich eine Webseite, wo ich öffentlich über Psychotherapie spreche. Und unter anderem gibt es da Unterseiten über Musik und eben auch über Drogen, weil ich da halt schon seit vielen, vielen Jahrzehnten mehr oder weniger mit zu tun habe. Ich bin ja ausgebildeter Suchttherapeut und so. Und da kommt man an dem Thema nicht dran vorbei. Ja, schön. Da würde ich jetzt mal sagen, bevor wir da tiefer reingehen, dass der Zuhörer jetzt auch eine genauere Idee von dir kriegt. Und ich vielleicht auch, weil ich habe jetzt auch nur das gesehen, was ich auf deiner Website und so weiter sehen konnte. Vielleicht kannst du mal so einen kleinen Overview geben. Wie bist du denn zum Suchttherapeuten geworden? Und welche Rolle haben da Psychedelika gespielt? Also ich bin ja in der DDR geboren. Habe irgendwann mit 16 für mich festgestellt, meine Lebensfrage ist, was ist Bewusstsein? Das ist überhaupt mein Thema. Habe dann angefangen, mich mit Psycho zu beschäftigen. Durfte aufgrund dessen, dass ich dissidentisch unterwegs war. Ich habe einen Wehrdienst mit der Waffe verweigert und gegen Biermanns Ausbürgerung protestiert und so. Erst mal mich studieren, war dann Tischler, Möbelrestaurator. Habe mich seit meiner Jugend, ich war ja sehr beeinflusst von der Hippie-Zeit. Ich sage immer so, geistig bin ich auch auf dem Woodstock-Festival gezeugt worden. Und die Schicksale von Jimi Hendrix oder Janis Joplin oder so haben mich sehr berührt. Ich hatte einen West-Cousin, der da auch ziemlich intensiv unterwegs war, der mich dann aber auch zum ersten Mal, wodurch ich zum ersten Mal die negativen Seiten feststellen durfte, weil der ist dann mit circa 25 an Heroin gestorben und so weiter. Dann habe ich angefangen mit meditieren, bin Sanyasin geworden, habe in der DDR das erste Osho Meditation Center gegründet, was jetzt nicht ganz kommunistisch war oder so. Und dort habe ich dann durch einen Freund die ersten Erfahrungen mit Cannabis gemacht. War das in der DDR jetzt alles? In der DDR, ja, ja, in der DDR. Mitte der 80er Jahre haben wir die ersten Joints geraucht. Wobei das also, weil wir alle so spirituell unterwegs waren, alles in einem rituellen Rahmen stattfand. Also wir haben nicht abends einfach gesessen und gekifft, sondern uns bestimmte Erfahrungsräume vorgenommen. Zum Beispiel, wie sieht die gleiche Straße mit verschiedener Musik aus, wenn ich bekifft die gleiche Straße und das gleiche Stück Park lang gehe. Von Led Zeppelin bis zu Klassik und sonst was. Und immer zu schauen, wie verändert das zum Beispiel die Wahrnehmung oder solche Experimente einfach, habe ich da in meiner Jugend gemacht. Wie war da die Beschaffung? Der hatte Samen, der hat als Gärtner gearbeitet und hat selber gezüchtet. Und wir hatten also wirklich so gutes Zeug, dass als ich dann nach der Wende erst mal ein Jahr Straßenmusiker war und viel im Westen unterwegs war, ich völlig enttäuscht war, was für ein Dreck die Vessis rauchen. Das war alles so irgendwie, also es muss ein sehr guter Sativa-Strain gewesen sein, der fast die Klarheit von LSD hatte oder so, oder Pilzen. Und dann, als ich die ersten Male irgendwelchen Shit in den Altbundesländern geraucht habe, der einfach nur breit machte, da war ich völlig enttäuscht davon und so. Das ist ja interessant, weil ich, wenn ich an die DDR denke, dann denke ich irgendwie nicht an Drogen, illegale Drogen. Also meine Partnerin Isabel, die kommt auch, also ihre Eltern kommen auch von da, also die ist dort aufgewachsen, aber auch nach der Wende erst. Aber naja, wie dem auch sei, wie ist denn jetzt verglichen mit heute? Wie war denn in der DDR so die Drogenpolitik? Das finde ich jetzt irgendwie spannend. Die gab es de facto nicht, weil, ich meine, es gab Nikotin und Alkohol und die Menschen, die andere Erfahrungen machen wollten, die haben sich Faustan gegeben, also so ein Benzodiazepin oder so. Und mehr war eigentlich nicht bekannt. Also wenn ich damals schon gewusst hätte, dass zum Beispiel ganz Leipzig voll mit Psylozybepilzen ist, ne? Die wachsen in allen Parks oder so, wenn man dort im Herbst spazieren geht. Man muss sie halt kennen und das wusste in der DDR-Zeit keiner. Wissen heute die Jugendlichen aber auch nicht. Also ich habe schon Raves erlebt in einem Leipziger Park, gleich neben einem großen Psylozybefeld und dachte, Jungs, wenn ihr wüsstet, was hier gerade steht, ihr könntet hier heute Abend alle wegfliegen. Und ja, das ist gleich neben der DJ-Kanzel, rechts davon, so ein Hang hoch stand alles voll. Die wussten es einfach nicht. Gut, jedenfalls nach der Wende bin ich dann sieben Jahre in spirituellen Zentren gewesen. Und da kamen dann auch so meine ganzen wichtigen Erfahrungen, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, mit Meditation ging es nicht mehr weiter. Und dort habe ich dann halt Erfahrungen gemacht, hauptsächlich mit Psychedelika wie LSD, Magic Mushrooms etc. Dann auch alle möglichen anderen Sachen. Irgendwann ging es da nicht mehr weiter und dann habe ich angefangen zu studieren. Psychologie, Religionswissenschaft, Ethnologie und noch ein ganz klein bisschen Sinologie und Theologie. Du wolltest immer noch wissen, was ist Bewusstsein? Genau, und bin dann Suchttherapeut geworden, habe in der Klinik eine Drogenstation aufgebaut, habe mehrere Jahre in einer Notschlafstelle für Junkies gearbeitet, kenne also auch diese ganzen sehr negativen Seiten der Substanzen. Wobei ich halt, und das ist ja mir sehr wichtig, die Substanzen eben sehr klar differenziere nach ihren Wirkungsrichtungen und nach ihrem Suchtpotenzial und so weiter und mache da also große Unterschiede. Was ist wofür gut oder wovon lässt man besser die Hände weg? Also bei dem, was ich in der Notschlafstelle gesehen habe, das hat mir jeden Appetit zum Beispiel auf Heroin verdorben. Da habe ich kein Interesse drin, das jemals auszuprobieren. Wenn du das Elend gesehen hast, dann willst du das nicht wissen. Gibt es da auch Menschen, die Heroin konsumieren und die voll auch darauf klarkommen? In der Therapieeinrichtung, wo ich dann später gearbeitet habe, gab es einen, der sagte, ja, er macht das eigentlich nur phasenweise. Der war relativ gut strukturiert. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich auf lange Zeit geht. Also ich halte Heroin für nicht beherrschbar, muss ich ganz klar sagen. Krass. Ist das eigentlich Heroin, wird das immer gespritzt oder wird das auch irgendwie nasal konsumiert oder geraucht? Geraucht. Also die meisten fangen an mit Rauchen, Folie rauchen nennt sich das. Und später dann kommt es Spritzen dazu. Ja. Und du hast es ja auch gerade so gesagt, es gibt halt unterschiedliche Substanzen, unterschiedliche Klassifikationen. Zu welchen gehört dann jetzt Heroin und welche sind vielleicht eher die, die du bevorzugen würdest? Na, ich gehe da nicht so sehr nach den chemischen Klassifikationen. Also Heroin gehört zu Opiaten wie Morphium, Opium etc. Mir sind eigentlich wichtiger, welche Neurotransmittersysteme aktiviert werden. Und das hat viel mit der Wirkungsrichtung zu tun. Und da gibt es halt die eine Wirkungsrichtung auf das Arousal, sprich auf unseren Erregungszustand. Das sind die Upper und die Downer, die uns also entweder aufputschen oder beruhigen. Und die arbeiten alle mit dem Dopaminsystem. Und das Dopaminsystem wird ja nicht umsonst auch das Belohnungssystem genannt. Die werden also sehr schnell in die Körperschemie eingebaut. Und das sind die Stoffe, die eben auch sehr stark körperlich abhängig machen. Da gehört Alkohol dazu. Da gehören die ganzen Opiate dazu. Aber eben auch Kokain, Nikotin. Nikotin hat ein Suchtpotenzial fast so hoch wie Heroin. Ich war selber 23 Jahre nikotinabhängig als spiritueller Mensch und wollte also nach den ersten sechs, sieben Jahren unbedingt davon loskommen. Also ich habe mit 17 angefangen und mit Anfang 20 bin ich spirituell geworden, weil ich da meine ersten spontanen Erfahrungen hatte und habe also angefangen zu meditieren, um da ständig hinzukommen. Und bis zu meinem 40. Lebensjahr, an meinem 40. Geburtstag, habe ich dann endlich aufgehört. Und das war aber ein harter Kampf. Und ja, dann mit Amphetamin etc. Da gibt es eine Reihe Stoffe, die eben alle sehr stark abhängig machen. Und dann gibt es die Wirkungsrichtung der Perception, der Wahrnehmung. Da haben wir auf der einen Seite die Neuroleptika, die Menschen, die zu viel Wahrnehmung haben, wieder aufs Normalmaß runterdrücken. Das ist also das, was die Ärzte benutzen, um Psychotika ruhig zu stellen. Das ist jetzt für den Freizeitgebrauch oder therapeutischen Gebrauch völlig uninteressant. Und eben die Wurstseins erweiterten Substanzen. Und das sind eigentlich die, die therapeutisch interessant sind. Beziehungsweise auch spirituell interessant sind. Beziehungsweise, ja, die auch im Freizeitgebrauch benutzt werden. Und da ist der wichtigste Strang natürlich die Tryptamine. Und dann gibt es auch noch Phenylethylamine, die auch bewusstseinserweitern wirken etc. Und Ketamin und ähnliche Sachen. Aber der Hauptstrang sind eigentlich die Tryptamine. Und die wirken alle mehr oder weniger stark aufs Serotonin-System. Und sind alle Substanzen jetzt von Ketamin abgesehen, die im Prinzip keinen physischen Suchtdruck erzeugen. Weshalb die nicht ungefährlich sind. Weil natürlich ihre Wirkung auf die Psyche ist exorbitant stärker als die meinetwegen von Heroin oder Kokain. Aber die Gefahr einer körperlichen Abhängigkeit ist eher gering. Hast du dann jetzt in deiner Laufbahn dann schon mal jemand gesehen, der von Psychedelika wirklich abgestürzt ist? Oder waren da andere Sachen dran schuld? Oder können Psychedelika diesbezüglich auch sehr gefährlich werden? Ja, also irgendwie habe ich ja so den Ruf, abgestürzte aufzufangen. Also von irgendwelchen Plastik-Schamanen werden dann die Leute, die die nicht händeln können, die dann irgendwelche Ayahuasca-Rituale mitgemacht haben, werden dann gerne zu mir geschickt, dass ich sie wieder zusammenflicke. Und ich selber habe ja selber so eine HPPD gehabt. Also dieses sogenannte auf LSD hängenbleiben. Also auf einem Tryptamin hängenbleiben. Ich kenne es also auch von der Innenansicht, weiß also auch, was dort passieren kann. Ja, oder auch solche Geschichten, dass jemand zu mir kommt, der sagt, ja, ich war auf einer Party und wir haben LSD genommen und ich habe meinen Freunden was gegeben. Und plötzlich stand die russische Mafia da und dachte, wir dealen drei Leute mit Messern. Und ja, der dann auch erst mal einen absoluten Horror-Trip hatte und da jahrelang drauf festhingen oder so. Solche Sachen passieren schon, genau. Ja, Set und Setting. Genau. Setting vor allem. Ist da vielleicht auch wieder nicht zu missachten. Das finde ich auch interessant, wie du es gerade gesagt hast, die Leute dann danach wieder zusammen zu flicken. Da wird man dann nachher auch so ein bisschen drauf eingehen, würde ich sagen. Gerade wenn es dann um Therapieformen geht und wie sowas dann passieren kann. Wie war denn jetzt dann dein weiterer Weg, nachdem du dann studiert hast? Wie ging es da bei dir weiter? Du hast auch mir erzählt, dass du, wie du es gerade schon gesagt hast, Leute aufgefangen hast, die Probleme haben mit Psychedelika. War das dann für dich klar? Hey, ich möchte mit Psychedelika was zu tun haben oder wie ging das weiter? Na, ich hatte ja in den spirituellen Zentren sehr wichtige Erfahrungen gemacht, bis hin eben zu dem, was für mich die ultimative Erfahrung ist, sprich 5-Meo-DMT, was für mich der letzte Raum ist. Bisher habe ich keinen Raum da nachgefunden. Ich bin offen, dass es noch was dahinter gibt. Aber für mich ist das eigentlich das Ende der Fahnenstange, was man in einem menschlichen Körper erleben kann. Womit sich also dann auch meine spirituellen Fragen aufgelöst haben. Wenn man alles gesehen hat, hat man keine Fragen mehr. Und natürlich, ich sage ja, das Thema hat mich seit meiner Jugend interessiert. Und dadurch, dass ich dann Suchttherapeut war und habe hier in Leipzig dann bei den Drugscouts mitgearbeitet und war jahrelang auf vielen Festivals, habe dort psychedelische Ambulanz gemacht, habe jungen Leuten geholfen. Wobei die Drugscouts selber bestehen ja eigentlich fast nur aus jungen Leuten. Ich war da eigentlich der Fremdkörper, nämlich der Alte. Der Vater. Ja, ja, wobei die eben hauptsächlich auch Party-Drogen-affin waren oder davon Ahnung hatten. Und Psychedelika war halt meine Spezialstrecke. Also da war ich insofern schon ein bisschen ein Sonderling, weil immer wenn es um Psychedelika ging, hieß es, geht mal zum Wiff Mirko, der kennt sich da am besten aus. Also du warst dann da aufs Festivals? Ja, genau. Und dann, also ich kenne das ja auf den Festivals, auf denen ich war, auch auf verschiedenen Psytrance-Festivals. Also da gibt es dann halt so eine Stelle und da kannst du dann hin. Das heißt, Leute, die dann jetzt Probleme haben, gehen da hin und sagen dann sozusagen Hilfe. Oder kannst du da so ein Beispiel mal nennen? Wie läuft das dann so ab? Was haben die Menschen, die da dann kommen, üblicherweise für Probleme? Naja, das ist ganz verschieden. Also das meiste ist ja Risikomischkonsum. Auf Festivals, Fusion oder WUV oder sonst wie die, die ganzen jungen Leute. Gerade WUV zum Beispiel ist ja in Skandinavien dafür berühmt. Und da gibt es Drogen und da werden ganze Busse irgendwie 18-Jähriger hingekarrt. Hier könnt ihr euch mal ordentlich zuknallen oder so. Und die nehmen dann einfach alles. Da hast du dann solche Fälle, Alkohol, Ketamin, Ecstasy, LSD und Koks zusammen. Und das gibt dann natürlich explosive Mischungen, dann auch in so einem Wuling von bei der Fusion bis zu 80.000 Leuten oder so. Es gibt die verschiedensten Störungsbilder, würde man psychologisch sagen. In dem Moment sagt man das nicht, mit denen die Leute kommen. Also manche haben einfach Formen von einer Amphetamin-Psychose oder sind völlig überdreht, können nicht mehr schlafen, fühlen sich verfolgt. Andere auf Psychedelika, denen wird ihr ganzes klassisches, bürgerliches, materialistisches Weltbild geschreddert. Und sie wissen erst mal nicht, wie sie es einordnen sollen. Da geht es halt eher darum, den Leuten zu helfen, ihnen klarzumachen, nee, das ist jetzt nichts Verrücktes, was ihr seht, sondern das ist eine tiefere Schicht der Realität, die genauso zur Realität gehört. Und du musst halt lernen, das in dein Weltbild zu integrieren. Aber die haben dann auch nicht so eine normale, ich nenne es jetzt mal Party-Dosis genommen, sondern ein bisschen viel LSD. Nicht unbedingt. Also bei LSD reicht ja schon der erste Trip, wenn du gar nicht darauf vorbereitet bist. Ja, stimmt, der erste. Wenn du auch noch nie Ecstasy oder sonst was genommen hast. Also LSD ist nicht die beste Einsteiger-Substanz, sagen wir es mal so. Ich vergleiche ja Substanzen gerne so, ich habe so ein Sprungturmbild. MDMA ist so das Ein-Meter-Brett, dann mit drei Metern hast du dann Pilze, auf fünf Metern hast du dann LSD und Ayahuasca. Und das Zehn-Meter-Brett, das ist für die, die schon unten ein bisschen geübt haben, das wäre dann fünf Millionen DMT da. Fünf Millionen, ja. Es ist auch so, du kannst dann auch viel mehr damit anfangen. Also du kannst auch direkt vom Zehn-Meter-Brett springen und vielleicht hast du auch eine gute Erfahrung, aber du wirst noch keine Kunststücke machen können. Du wirst einfach irgendwie runterplumpsen. Wenn ich dann jetzt, oder wenn jetzt irgendjemand zu dir da auf diesem Festival kommt und der sagt jetzt, hey, ich komme nicht darauf klar, wie reagierst du dann, wie begegnest du diesen Menschen? Das ist wirklich aus der Erfahrung und dem Moment. Also da kannst du nichts Generelles sagen. Ich meine, ich, da ich den entsprechenden Hintergrund hatte, bin schon jemand gewesen, der dann zum Beispiel mental in den Trip mit einsteigt und die versucht, den Trip innerhalb des Trips zu leiten. Also der Standard ist auf Festivals eigentlich, man versucht die Leute sanft runterzuholen, aber eben möglichst inhaltlich nicht einzugreifen. Ich habe es mir dann schon auch zugetraut, inhaltlich einzugreifen. Und mich demjenigen, der sich da verlaufen hat, als Führer anzudienen und zu sagen, hey, komm an meiner Hand, ich führe dich jetzt mal ein bisschen durch den Dschungel und zeig dir, wo es hier lang und dann auch wieder rausgeht. Das ist ja interessant. Und danach sind die Menschen dann wieder glücklich. Ja, wenn man es schafft, sind sie wieder glücklich. Ich meine, so bin ich ja auch von meiner HPPD runtergekommen. Ich bin auch zu einem Ayahuasca-Schamanen gegangen, weil ich wusste, wenn ich mich der normalen Psychologie, der Psychiatrie anvertraue, werde ich einfach nur ruhig gestellt. Und der hat mir damals dann auch einen großen Becher Ayahuasca gegeben. Und dann hat er mich, nachdem ich wieder an dem Punkt war, wo ich den falschen Abzweig vom Weg genommen habe, da hat er mich dann an die Hand genommen und quasi wieder rausgeholt. Und dann war das auch wieder gut. Da hätte ich mega Angst gehabt, dass es vielleicht noch schlimmer wird. Aber lass uns doch mal in dieses Thema jetzt auch direkt mal reingehen. HPPD, du hast gerade gesagt, dass du das hattest. Das ist ja das Hallucinogen Persisting Perception Disorder. Also, dass unsere Wahrnehmung dauerhaft irgendwie verändert wird durch Psychedelika. Kannst du mal sagen, wie hast du das denn bekommen? Wie war das für dich? Warst du da in einem Trip und bist dann nicht mehr aus dem Trip rausgekommen? Oder wie? Na, ich muss vielleicht vorher dazu sagen, durch das ganze Meditieren und so weiter und auch meine früheren Erfahrungen hatte ich früher schon Wahrnehmungsveränderungen. Also, aus dem Körper heraustreten zu können und der Raum sein zu können, in dem Wolf-Mirko Weinreich dann stattfindet. Oder ich habe mehrere Jahre lang Wände immer halbtransparent gesehen und solche Sachen. Da brauchte ich keine Substanzen für nehmen. Das hat sich auch gut in meinen Alltag einbinden lassen. Und dann gab es mal einen Trip, da ist an der sensiblen Stelle Free Jazz gespielt worden. Der Begleiter wollte das einfach mal ausprobieren, wie das mal ist, so ganz schreckliche Musik zu spielen. Und die hat mich dann in die Hölle geschossen quasi. Und da bin ich dann hängen geblieben. Natürlich war der Trip dann als Trip irgendwann vorbei. Aber diese unmittelbare Wahrnehmung blieb, die wird auch als Truman Show-Effekt bezeichnet. Also, auch das war mir ja vorher schon bewusst, dass die Realität, das, was wir als materielle Realität erleben, im Prinzip nur die grafische Benutzeroberfläche, ist von etwas, was hinter dieser Realität ist. Da kann ich auch sehr gut mit leben. Das ist überhaupt kein Problem. In dem Moment, ich beschreibe es so mal, aus der Rückschau hatte ich das Gefühl, die Erfahrung, es gibt nur ein Bewusstsein, hat sich mein Ego gekrallt und daraus gemacht, es gibt nur mein Bewusstsein. Und was dann überbleibt, ist ein hilfloser, einsamer Gott, der durch seine Wahrnehmung alles erschafft, ohne wirklich Einfluss darauf zu haben. Also, du hörst im Radio die Nachrichten von irgendwelchen Kriegen und weißt genau, ich habe diese Kriege gerade durch meine undisziplinierten Gedanken erschaffen. Du erlebst die Menschen um dich herum nur als Schauspieler, die die von dir abgespaltene Anteile sind, weil es gibt ja eigentlich nur dich selber. Und was auch sehr unangenehm war, ich hatte das, also im täglichen Leben, neun Monate lang täglich das Gefühl, dass die Ränder meines Gesichtsfeldes zerfließen in so einen schwarzen Gulli. Und wenn ich meinen Blick wegwende, alles, was dann vorher in dem anderen Teil des Gesichtsfeldes war, löste sich auf in so ein schwarze, gurgelndes Nichts. Und das ist einfach sehr anstrengend. Was ein Unterschied war zu einer normalen, klassischen Psychose, ich weiß aber nicht, ob das jetzt nur für mich gilt oder ob das zum Beispiel grundsätzlich gilt, wenn Menschen eine HPPD haben, dass ich mir ständig bewusst war, dass das nicht die ganze Wahrheit ist. Also es gab immer noch so einen Anteil in mir, dessen sich bewusst war. Es gibt noch eine andere Realität, du hast das alles schon erlebt, du hast dieses Netz des Seins, diese unendliche kosmische Liebe und all diese Dinge schon erlebt. Du hast, weißt eigentlich, dass da niemand ist, dass das Bewusstsein keine Persönlichkeit hat und lauter solche Dinge. Aber trotzdem war ich davon abgetrennt. Also bei HPPD ist es ja eigentlich so, dass du weißt, dass das HPPD ist. Und bei einer Psychose weißt du es nicht. Ja, und das war mir die ganze Zeit bewusst. Es war mir die ganze Zeit bewusst, was ich hier jetzt täglich wahrnehme, ist nur die halbe Wahrheit. Und ich habe der Außenwelt gegenüber doch ziemlich weitgehend eine normale Person spielen können. Ah, ach so. Also das heißt, du hast noch ganz normal im Leben teilgenommen. Ja, ja, ich habe therapeutisch gearbeitet, alles. Ich habe nur ständig so eine doppelte Wahrnehmung gehabt. Einmal die unmittelbare, die nicht sehr witzig war. Und dann aber auch eine kommentierende Stimme, die das jede Sekunde quasi auch zurechtgerückt hat. Ist das wie so eine Art Split in der Persönlichkeit? Ja, kann man sagen. Also es gab, ich arbeite ja zum Beispiel in meiner Therapie auch viel mit Teilpersönlichkeiten. Also Teilpersönlichkeiten sind jetzt nicht so neu. Ich, es und über ich bei Freud oder das innere Kind oder so sind ja alles so Teilpersönlichkeiten, von denen viele mal gehört haben. Ich arbeite mit 20, 30 Teilpersönlichkeiten. Und da habe ich das wirklich sehr deutlich erlebt, wie zwei verschiedene Teilpersönlichkeiten permanent um die Deutungshoheit gerungen haben. Und das sozusagen. Hat es dir dann sozusagen geholfen, dass du jetzt nicht denkst, also dass du dann nicht völlig depressiv davon wirst oder? Ja, ja, ja. Und heute mit Abstand sehe ich das auch als eine Form der Weiterbildung. Also weil dadurch es mir natürlich ganz anders möglich ist, mich in jemanden anders hineinzuversetzen, der da auch ist und der aber weder das philosophische noch spirituelle noch psychologische Wissen im Hintergrund hat, das ich habe. Das wurde ja früher in den 50ern, als LSD so ein bisschen bekannter wurde, dachte man ja auch erst, das ist eine Schizophrenie, die wir dadurch bekommen. Und das hilft dann sozusagen sehr, seine Patienten zu verstehen. Und ich glaube, diesen Effekt, den haben auch viele Menschen, die psychedelische Erfahrungen machen. So, ah, jetzt verstehe ich die Menschen mehr, die irgendwie psychischen Knacks haben oder so. Deswegen hilft dir das wahrscheinlich auch super viel, HPPD mal gehabt zu haben oder allgemein diese Erfahrungen gemacht zu haben, um deine Patienten dann auch zu verstehen. Ja, wobei ich eben diese Deutung aus den 50er Jahren aus dem ärztlichen Kreis von Leuner kommt, die ja eigentlich, die nannte der also so eine Als-ob-Psychose. Ja, genau. Ich fand die immer verkehrt, weil die meisten Menschen natürlich auf LSD keine Als-ob-Psychose haben. Das sind Sonderfälle wie, ne, ich habe ja auch sehr viele Trips damals gehabt, ohne solche psychotischen Anteile. Und das war jetzt dieser eine Trip. Und da kann ich auch ganz genau den Moment und das Setting benennen, wo das passiert ist und was dann so psychoseähnlich war, genau. Während dieser Zeit mit HPPD hast du dann gewusst, dass es irgendwann endet? Also ich konnte damit leben irgendwie. Es hat keinen solchen Spaß gemacht wie jetzt zum Beispiel ohne das. Und ich habe einfach Augen und Ohren offen gehalten, dass mir irgendwann eine Möglichkeit begegnet, mich damit auseinanderzusetzen. Und als ich dann von Freunden hörte, da kommt jetzt so ein Ayahuasca-Schamane aus Peru, da wusste ich, okay, also wenn einer mich da rausholen kann, dann ist das jemand, der selber diese Räume kennt, der da auch ein tiefes Wissen von Generationen hat, was der jetzt nicht in der Schule gelernt hat, sondern was unmittelbar durch ihn wirkt. Und da war mir völlig klar, da gehe ich hin und da lege ich das auf den Tisch und da schaue ich mir das an und es war genau richtig. Wow, krass, krass. Das heißt, du bist zu ihm hin und hast gesagt, hier, das sind meine Symptome, hilf mir. Und er hat gesagt, so, jetzt trinkst du mal hier. Und was dann passiert? Genau, alle haben so ungefähr drei Zentimeter Ayahuasca gekriegt und ich habe einen Becher gekriegt, der bis oben hin war. Das war meine erste Begegnung mit Ayahuasca. Auch gleich noch deine erste Erfahrung. Ja, genau. Boah, genau. Und dann? Ja, und dann habe ich seine Präsenz gespürt. Also der hat dann gesungen, etc., sich vor mich hingesetzt. Und dann war ganz klar, jetzt sind in diesem Raum mindestens zwei Bewusstseine, Bewusstseine meins und seins und damit war der Bann gebrochen. Also damit war ich nicht mehr das einzige Bewusstsein in diesem Universum, sondern es war klar, da ist jemand mit einer solch starken Präsenz, das bin nicht ich. Und das war dann quasi der Knackpunkt, der das aufgelöst hat. Und dann bist du, ist das Ayahuasca wieder abgeklungen und dann war das einfach weg? Also einfach weg kann man nicht so sagen. Es gibt immer noch Anklänge daran. Ich kann mich immer noch damit verbinden, das ist ein Raum, der ist geblieben in meinem Bewusstsein. Aber es ist überhaupt nicht mehr täglich dominierend oder so, sondern in seltenen Momenten oder so. Mega spannend, mega spannend. Ist es dann sozusagen das, wenn Leute sagen, dass das hängenbleiben? Also das ist ganz klar ein Hängenbleiben gewesen, genau. Krass. Ja, und solche Menschen, die hängenbleiben, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, oder die irgendwie, die du wieder zusammenflicken musst, die irgendwie ja irgendwas nach Psychedelik passiert ist. Mit solchen Leuten hast du ja auch viel zu tun oder gehabt. Gehabt, weil inzwischen, also im Moment, ich bin ja seit letztem Jahr quasi Rentier. Ich schreibe Bücher und arbeite kaum noch therapeutisch. Vorher hatte ich eine Praxis zehn Jahre lang und habe da meine eigene Methode entwickelt, wie man ohne Substanzen in diese Räume gehen kann. Ja, und da habe ich allerdings überwiegend dann mit normalen Menschen gearbeitet. Klar kamen zwischendurch auch immer wieder Leute, die das halt wussten. Der hat Ahnung davon. Und ich habe da Probleme gehabt mit irgendeiner Substanz. Zum Weinreich kann man gehen. Also ansonsten war meine Arbeit mit Menschen, mit Drogenerfahrung in diesen zehn Jahren, wo ich die Praxis hatte, hauptsächlich eben durch die Festivals. Dass ich dieses Wissen und Können dann auf Festivals zur Verfügung gestellt habe. Okay. Du hast es dann alles verwendet, eben um deinen therapeutischen Ansatz zu festigen oder auszubauen. Und du nennst es ja auch integrale Therapie. So wie ich das gelesen habe. Magst du da zum Start mal ein paar Worte dazu verlieren? Integrale Therapie. Integrale Psychotherapie ist natürlich ein Riesenfeld. Also es ist erst mal als eine Theorie, eine Meta-Theorie, die versucht, die verschiedenen Schulen zu verbinden vor dem Bewusstseinsmodell von Ken Wilber. Die sagt also, alle Schulen haben recht, aber alle nur ein bisschen. Also es reicht nicht nur, die Ursache zu erkunden, wie es die Psychoanalyse tut, sondern ich muss auch das daraus resultierende Verhalten ändern, wie es die Verhaltenstherapie macht. Und ich muss das Ganze auch im kollektiven Kontext der Familie oder Gesellschaft machen, wie es die systemische Therapie macht. Das ist also einmal diese Verbindung dieser vier Quadranten bei Wilber. Und ein weiteres wichtiges Thema dabei ist, dass Menschen sich durch Bewusstseinsebenen hindurch entwickeln. Bei Kindern ist es völlig klar, dass Kinder verschiedene Entwicklungsstufen haben. Das gilt aber auch für Erwachsene. Und dass es auf jeder Bewusstseinsebene der Mensch einen anderen Metabolisierungsmodus hat. Das heißt, die Art, wie er seine Umwelt wahrnimmt und verarbeitet. Als Baby tue ich das über den Körper. Dann als nächstes kommen die Gefühle. Dann kommen bildliche Wahrnehmungen. Dann kommen die ersten Sprachwahrnehmungen. Dann wird die Sprache immer komplexer. Dann kommt irgendwann systemisches Denken etc. Und dass eine Störung immer mit den Methoden am besten bearbeitet werden kann, die den Metabolisierungsmodus der Verletzung als Interventionsmodus benutzen. Also ein Geburtstrauma ist zum Beispiel eine rein körperliche Angelegenheit. Du kannst da noch nicht denken. Es ist völlig absurd mit Gesprächstherapie zu versuchen, das Geburtstrauma zu lösen, weil du damals noch keine Sprache hattest und das ist im Körpergedächtnis gespeichert. Du musst also eine körperorientierte Methode benutzen, um ein Geburtstrauma zu lösen. Eine Identitätskrise wirst du aber nicht mit Holotropen atmen oder Ähnlichem oder Bioenergetik lösen können, weil das ist eine kognitive Angelegenheit, die sich erst auf der rationalen Bewusstseinsstufe entwickeln kann. Und da brauchst du dann halt zum Beispiel Logotherapie von Viktor Frankl etc. Dass also verschiedene Therapiemethoden, die sich entwickelt haben, ganz natürlich eben verschiedene Werkzeuge benutzen auf verschiedenen Ebenen und dass man genau schauen muss, welche Intervention gehört zu welcher Störung. Und das wird bisher eben kaum gemacht. Bisher, wenn man Psychotherapie macht, geht man halt zum nächstbesten Therapeuten oder der einem sympathisch erscheint und guckt nicht genau, welche Störung habe ich, auf welcher Ebene ist sie entstanden und welche Interventionsebene brauche ich eigentlich dafür. Das sind eigentlich die Grundgedanken der Therapie, alle Ebenen und alle Quadranten zu berücksichtigen. Da musst du dann aber auch viel können. Na, das ist als eine Einzelperson sowieso nicht leistbar. Das ist völlig klar, weil eigentlich bräuchte es dazu, es gibt ja auch Spezialärzte. Also wenn du eine Erkältung hast, gehst du ja auch nicht zum Chirurgen, sondern zum Internisten. Und wenn du dir das Bein gebrochen hast, gehst du nicht zum Internisten, sondern zum Chirurgen. Und diese differenzielle Indikation gibt es eben bis heute bei der Psychotherapie kaum. Also klar, wenn du ein Suchtproblem hast, gehst du zum Suchttherapeuten, aber auch die Suchttherapeuten fragen normalerweise zum Beispiel nicht, auf welcher Bewusstseinsebene du dich gerade befindest und gucken, wie sie dich da erreichen können oder so, sondern die arbeiten halt eher symptomorientiert und nicht personenorientiert oder so. Für wen oder für welche Gruppe war es dann du? Was sind deine Kunden hauptsächlich? Was hatten die hauptsächlich für Herausforderungen? Und ja, warum sind die zu dir gekommen? Also ich habe ja zwei Bücher geschrieben. Dadurch kommen teilweise Leute aus oder sind gekommen aus ganz Deutschland. Ansonsten auch die Bäckersfrau von um die Ecke. Und ich schaue einfach, welches Thema die Person hat. Ich kenne selber sehr viele Methoden von Holotropen, Atmen bis hin zu Familienstellen und was weiß ich nicht. Und habe dann halt auch meine eigene Methode entwickelt, die vor allem dadurch besticht, dass sie auch in transpersonale Bewusstseinsräume hineinführt. Die Idee ist ganz einfach. Wenn ich zum Beispiel in der Familienaufstellung wahrnehmen kann, wie andere Menschen sich verhalten, die ich überhaupt nicht kenne, dann kann ich zum Beispiel auch durch den Wechsel meines Platzes im Raum auf einen Platz, der zum Beispiel eine psychedelische Erfahrung verkörpert, ansatzweise psychedelische Erfahrungen wahrnehmen, ohne LSD genommen zu haben. Punkt. So einfach ist es. Also das sind ja Bewusstseinsräume, die sowieso existieren, wo bestimmte Substanzen ja eigentlich nur als Türöffner dienen. und so wie man Atem beim Holotropenatmen auch als Türöffner nehmen kann, um diese Räume zu erleben, so kann man eben auch Veränderungen des eigenen Standpunktes im Raum als Türöffner nehmen. Das ist halt viel einfacher, als erst eine Stunde zu atmen. Da macht man einfach einen großen Schritt und schon ist man drin. Okay. Das heißt, das Ziel ist dann, die Leute in alternative Bewusstseinszustände zu versetzen. Nein, das ist nicht das Wichtigste, weil die Bäckersfrau von nebenan, die interessiert sich nicht dafür. Für mich das Wichtigste ist, nicht nur am Symptom und an der Geschichte zu arbeiten, sondern auf eine Meta-Ebene zu gehen. Also ich arbeite immer mit Seele und Geist. Seele ist das, was man zum Beispiel durch Psychedelika kennenlernen kann, was aber natürlich auch durch Meditation oder viele andere Techniken erfahrbar ist. Also ein subtiler Raum jenseits unseres normalen Wachbewusstseins und als Menschen sind wir verstrickt in unsere Lebensgeschichte. Als Seele, wenn ich in den nächsten weiteren Raum gehe, über mein Menschsein hinaus, stelle ich fest, dass ich mir diese Lebensgeschichte entweder selbst gesucht habe, weil ich bestimmte Erfahrungen machen wollte oder da reingestolpert bin, weil ich zu unbewusst war. Das geht auch, das geht auch, junge Seelen. Und als Geist, und ich erkläre das immer so, als die Leerheit, die alles enthält und in der alles erscheint und wieder vergeht, das ist im Prinzip das, was die 5-Meo-Erfahrung ist oder so, kriege ich mit, dass alles in mir enthalten ist. Da kriege ich mit, dass sowohl die Person, die ich selber bin, als auch alle Personen, mit denen ich zum Beispiel in Konflikt bin, Teil von mir selber sind, dass ich eigentlich die ganze Zeit Theater mit mir spiele. Also wir spielen gerade Theater mit uns. Wir tun gerade so, als ob wir zwei verschiedene Personen sein, aber eigentlich sind wir ein Bewusstsein, was sich mit sich selber unterhält, damit das eine Bewusstsein in Form der Zuhörer irgendwann, wer zuhören darf, das ist eigentlich völlig crazy und absurd, aber das ist das, was gerade real läuft. Hier sitzt niemand, der mit niemandem redet, damit keiner irgendwann zuhört. Das ist gerade Realität. Aber es macht Spaß, versteckt zu spielen. Und in dem Moment, wo die ganz normale Menschen mitkriegen, dass wir quasi in einem riesengroßen 3D-Kino sind, wo wir selber Regisseure, Schauspieler und Zuschauer sind, dann kriegen die oft einen Lachanfall über diese sogenannte Realität, die sie sich gestrickt haben und sagen, danke, Herr Weltrecht, das war's. Ich weiß, das ist ja alles nur ein Joke. Ich werde das alles nicht mehr so ernst nehmen. Und durch diese Metaperspektive, die löst das eigentliche Thema nicht, wenn man Streit mit seinem Ehepartner hat, den hat man natürlich trotzdem. Aber sie schafft einen riesengroßen Abstand dazu. Wenn man begreift, als Seele habe ich mir genau den Partner gesucht, um die und die Erfahrung zu machen. Und als leerer Raum existieren, sowohl ich als auch mein Partner in mir, und wir spielen einfach nur ein Spiel, damit es nicht so langweilig ist. Gott langweilt es sich nicht gerne. Da kann ich dann entspannen. Und dann gehe ich nach Hause und sage, hey, Alter, komm, wir können uns auch nett machen. Und wir müssen uns gar nicht streiten, weil wir haben die Freiheit, jedes Spiel zu spielen, was wir wollen. Das ist so der Grundgedanke. Finde ich schön gesagt. Und da kann ich auch mega damit resonieren. Ich hatte gestern ein erstes Gespräch mit einem Freund von mir, wo es darum ging, also bei mir ist es halt so, ich sehe halt das Universum sehr deterministisch, sehr halt, es läuft halt einfach ab, so. Gott, die Existenz, läuft halt einfach ab, so wie sie halt abläuft. Und ich kann eh nicht eingreifen. Es passiert sowieso alles. Und dadurch, dass sowieso alles passiert, muss ich mir dann keine Sorgen mehr machen. Da kann ich alles so ein bisschen lockerer nehmen. Denk ich so, weißt du, eigentlich ist es eh scheißegal. Du kannst es natürlich aber auch so interpretieren, dadurch, dass es eigentlich alles egal ist, ist mein Leben ja auch egal. Was kann man den Menschen dann, kann man den Menschen helfen, wenn sie dann existenzielle Krisen bekommen, aufgrund der Insignifikanz der Existenz? Das ist eben das Spannende, in dem Moment, wo die Menschen entweder ihre Seele werden oder eben der leere Raumgeist, das eine Bewusstsein, was alles enthält, dass sie total entspannen und absolut einverstanden sind. Dass das Hadern, was wir normalerweise als Mensch haben mit unserer Existenz, in den Räumen aufhört. Also als Seele kann ich ganz locker die Verantwortung übernehmen, über jeden Mist, der in diesem Leben passiert ist. Und als leerer Raum, als reiner Geist weiß ich, es sind alles nur Erscheinungen in der Leerheit, es sind einfach nur Wellen, aber in der Tiefe des Ozeans passiert nichts. Und da ist einfach nur Entspannung und ein großes Ja zu allem, was ist. Und sei es der größte Mist. Es ist halt schwierig, das auch, was wir jetzt hier gerade reden, wirklich fühlen zu können, wenn selbst noch nicht beispielsweise fünf Meo-DMT-Erfahrungen gemacht wurden. Es ist immer ein Unterschied, das intellektuell zu verstehen oder das wirklich zu spüren. Und du hast es jetzt gerade so beschrieben, das ist dann das Ziel in der Therapie, dass die Menschen das für sich begreifen, oder? Nicht begreifen, dass sie es fühlen. Genau das ist ja das Besondere, dass dadurch, dass sie ihre Stellung im Raum verändern, also ich habe den Fußboden meines Raums in verschiedene Zonen aufgeteilt und es gibt so eine Innenzone, wo man einfach, die einfach diese irdische Welt repräsentiert mit all dem, was da gerade passiert, so wie wir jetzt hier gerade zum Beispiel uns unterhalten oder so, wo erst mal mit ganz klassischen Methoden an den Themen gearbeitet wird und dann geht es in Außenzonen, die immer weiter werden. Und wenn die Menschen erst mal zum Beispiel mit Teilpersönlichkeiten gearbeitet haben, sprich sich selbst bestimmte Facetten rein wahrgenommen haben, beziehungsweise in dem Moment, wo ich mit einer Familienaufstellung oder Stuhlarbeit arbeite, auch andere Menschen von innen wahrgenommen haben und diese Switchen begriffen haben, wo sie sich also zwischen dem, was in dieser irdischen Welt switchen können, dann ist es plötzlich ganz leicht, in transpersonale Anteile zu switchen und plötzlich von innen wahrzunehmen, wie sich die eigene Seele fühlt oder wie sich die Leerheit fühlt, die hinter diesem Kosmos ist. Das ist möglich. Natürlich nicht in der Intensität, wie wenn jemand fünf Meo raucht oder so, aber ich lasse sie dann ja einfach erzählen, was sie gerade erleben. Und das ist einfach immer wieder der Hammer. Wenn Leute, die nie meditiert haben, weil es sind ja eigentlich alles Erfahrungen, die in uns drin sind, wo wir nur die Türen geschlossen haben und wenn auf diese Weise die Tür aufgemacht wird, dann haben die plötzlich Wahrnehmungen, dass ihnen nichts mehr passieren kann, dass sie völlig frei sind, dass sie eine unendliche Ausdehnung haben und sonst was. Völlig nüchtern, so wie wir jetzt völlig nüchtern sind, solche Erfahrungen machen, die da das funktioniert. Dieses Transpersonal, kannst du mal erklären, was bedeutet das? Ich benutze den Namen ja nicht so gerne, aber eigentlich steckt es, also weil es ein Prä- und ein Transpersonal gibt. Also ein Baby ist erstmal Präpersonal, weil es hat noch gar keine Persönlichkeit. Es fühlt sich noch undifferenziert von der Umwelt. Dann baut es durch Auseinandersetzungen mit der Umwelt erstmal ein Ich auf. Das heißt, wir bauen unsere Persönlichkeit auf. Wir wissen irgendwann, wie wir heißen, ob wir Junge oder Mädchen sind, wo wir geboren sind, was wir gelernt haben etc. Das ist das, was wir als Persönlichkeit aufbauen. Wir haben bestimmte Verhaltensmuster, wir erzählen uns bestimmte Geschichten über uns selber, wer wir sind etc. Und Transpersonal heißt eigentlich darüber hinausgehend. Und für mich ist spirituelle Entwicklung eben tatsächlich auch, über das Persönliche hinauszugehen. Wenn erwachsene Menschen in einen präpersonalen Zustand kommen, das ist in meinen Augen Psychose. Das heißt, also es gibt ja spirituelle Richtungen aus präpersonalen Kulturen, zum Beispiel Indien und so weiter, die einem erzählen, man soll sein Ego aufgeben und zertrümmern. Und auch in der humanistischen Psychotherapie der 70er Jahre war das ja so ein Standardsatz. Fritz Pirtz hat gesagt, lose your mind and come to your sense. Und Bhagwan hat gesagt, Verstand und Schuhe draußen lassen, vor der Buddha Hall und so. Das ist für mich sehr gut, dass ich irgendwann auf Wilber gestoßen bin. Ich habe halt in diesen spirituellen Zentren versucht, jahrelang mir das Gehirn zu amputieren. Ich bin ein Intellektueller. Ich kann machen, was ich will. Und mein Gehirn denkt und mitzukriegen, dass es einen Raum gibt, der größer ist als mein Gehirn. Eben zum Beispiel Geist, diese unendliche Leerheit, in der alles geschieht. Und sich damit zu identifizieren, dass man es also lernt, sich entweder mit seiner Seele, die eher wie so eine formlose Bewusstseinswolke ist, so wie einen Farbklecks im Ozean oder eine Welle im Ozean. Oder eben mit Geist, sprich dem ganzen Ozean, zu identifizieren und nicht mit der Schaumkrone auf der Welle. Die normale Person identifiziert sich mit der Schaumkrone und fühlt sich vom Ozean getrennt. Und zu begreifen, dass ich mich mit Bereichen identifizieren kann, die viel größer sind. Wenn ich kein Ego hätte, kein Ich, dann würde ich jetzt nicht hier sitzen, weil der Ozean selber käme nie auf die Idee, 18.30 Uhr hier den Computer anzumachen. Das ist dem vollkommen Wurscht in seiner Grenzenlosigkeit. Es braucht eine persönliche Struktur, um zum Beispiel jetzt sich zu unterhalten. Also dieses Ich, dieses Ego ist auch dafür da, die Steuererklärung zu machen. Und manchmal macht es auch ziemlich blöde Sachen, ist eitel oder sonst was. Aber es ist einfach nützlich, um in dieser manifesten materiellen Welt in unserer komplexen Gesellschaft zu funktionieren. Das können wir nicht ohne Ego, ohne Ich. Wenn wir das zertrümmern, dann landen wir in der Psychiatrie. Und es gibt ja viele Leute oder immer mal wieder Menschen, die durch Meditationsmarathons etc. in diese Räume geschossen werden, die dann nicht mehr funktionsfähig sind. Und dieses Ich zu transzendieren, also zu begreifen, ich bin mehr als das Ich, das ist einfach nur eine funktionale Einheit in mir. Und ich bin entweder die Seele oder der gesamte Raum, in dem alles geschieht. Und das führt zu einem völlig anderen Verständnis. Ja, ja. Ich finde, da passt auch ganz gut nicht das Wort Ich-Auflösung, sondern das Wort Ich-Erweiterung. Ja. Dass wir nicht, wie du es gerade gesagt hast, zum Baby zurückgehen, dass das Ego weg ist, sondern über das Ego hinaus. Aber das Ego ist trotzdem noch Teil davon. Und das ist dann transpersonal. Genau. Ich nenne es eben Transzendenz, aber Erweiterung wäre dann, also Ego-Transzendenz, Ich-Transzendenz, aber Erweiterung wäre das gleiche auf Deutsch. Genau. Und zu lernen, sich mit seiner Identifikation zwischen diesen drei Hauptzuständen hin und her zu switchen. Ja. Also, dass ich Person sein kann, dass ich aber auch Seele sein kann oder auch der leere Raum, der alles enthält, auch mein Gegenüber, mit dem ich mich gerade unterhalte, etc. Also die Fähigkeit zu erlangen, dass ich nicht in dieser Person in diesem Ego gefangen bin, sondern das auch nur als weiteren Raum sehe. Ja. Das ist so der Zustand. Ja. Aber was sind jetzt dann letztendlich die Vorteile davon, wenn ich nicht nur in meinem Ego bin? Was würdest du sagen? Ich weiß nicht, ob das so ist, ob es überhaupt Vorteile gibt. Also genau genommen, hier ist niemand. Also wir Menschen haben die Fiktion, dass wir selbstgesteuerte Individuen seien. Ich behaupte, es gibt einen Fluss der Evolution vom Urknall als dem dümmsten Punkt oder dem unbewusstesten Punkt des Universums zum totalen Überbewusstsein. Also wenn wir uns das Universum seit dem Urknall anschauen, ist es ja immer bewusster geworden. Erst gab es nur tote Materie, dann gab es die ersten Einzeller, dann gab es Pflanzentiere, irgendwann den Menschen, der über sich selbst reflektiert etc. Zumindest auf diesem Planeten. Grundsätzlich kann man diese Entwicklung vom Urknall zu immer komplexeren Körpern, die zu immer komplexeren psychischen Leistungen in der Lage sind, universell annehmen. Also man hat auch schon Mikroben etc. auf irgendwelchen Asteroiden gefunden. Also dass wir als Leben nicht alleine im Universum sind, das ist zumindest schon mal Fakt. Und ich persönlich glaube, und das ist auch meine Erfahrung zum Beispiel aus diesen Substanzen, dass das die universelle Entwicklungsrichtung ist und wir einfach nur wie Tropfen in einem Strom sind, die mitschwimmen. Und wir können uns dagegen wehren, indem wir zum Beispiel ein enges Weltbild haben. Wir können aber auch in Flussrichtung kraulen, indem wir meditieren oder auch bewusst Substanzen einsetzen. Letztendlich geht es nur darum, dass das Universum, Gott will sich durch uns seiner selbst bewusst werden, so könnte man es auch sagen, und benutzt uns dafür. Und jeden Menschen auf seine Weise. Und er benutzt dich dafür, dass du das Ganze noch beschleunigst. Naja, dich ja auch, indem du so eine Podcast machst, wo dann wieder Leute zuhören und denken, ach siehst du so, habe ich es noch gar nicht gesehen, könnte ich mal ausprobieren oder sowas, weißt du? Oder ich könnte mal in die Richtung denken oder mich bewegen, klar. Also dieses untereinander kommunizieren dient ja nur diesem Wacher werden. Also Hypothesen aufzustellen, sie zu prüfen, sie wieder zu verwerfen, andere Hypothesen und mitzukriegen, ah ja, da geht es lang. Und gerade hier auf dem Podcast sind natürlich auch viele Themen, gerade bezüglich Psychedelika am Start. Und deswegen hätte mich jetzt auch mal noch interessiert, die Therapie, integrale Therapie oder welche auch immer, die mit Psychedelika zu unterstützen. Also da gibt es ja psychedelische Therapie, psycholithische Therapie. Was sind denn da deine Erfahrungen? Hast du da auch schon Erfahrungen gemacht, also andere Menschen auf diese Weise begleitet? Na, ich kenne es natürlich gerade durch die Festivals. Klar, dann haben die Leute sowieso alles Mögliche genommen, Substanzen zu, Menschen auf Substanz zu begleiten. Ich bin ja auch Mitglied der Schweizer Ärztengesellschaft für psycholithische Therapie. Das ist also ein Schweizer Verein, der versucht, dass diese Formen der Therapie wieder gesellschaftlich hoffähig werden. Und das tun sie ja in den letzten zehn Jahren, ist ja die Entwicklung rasant. Also wenn ich daran denke, wie, also ich war 2006 und 2008 auf diesen Hoffmann-Kongressen in Basel, da waren wir noch die absoluten Parias, die sagten, hey, das ist ein tolles Werkzeug, wenn man das sinnvoll einsetzt, dann kann man da gute Sachen mitmachen. Heutzutage steht in den Leitmedien ein positiver Artikel über LSD in der Psychotherapie. Das wäre vor 2010 undenkbar gewesen. Da gibt es also eine große Entwicklung. Ich selbst sehe es nach wie vor auch als einen guten Katalysator, wobei ich halt der Meinung bin, gerade im Therapeutischen muss man sehr verantwortungsvoll damit umgehen. Ich habe ja auf der einen NTO Science mal einen Vortrag gehalten, wo ich die verschiedenen Settings beschrieben habe, wo eben deutlich wird, dass vieles, was psycholithische Therapie genannt wird, eigentlich eher psycholithische Selbsterfahrung ist oder psychedelische Selbsterfahrung. Und als solche durchaus toll und super, aber ich finde es, wenn jemand zum Beispiel richtig eine posttraumatische Belastungsstörung hat, dann finde ich eine wirkliche Therapie mit Arzt und Therapeut und in einem Einzelsetting und auch eingebettet in eine Langzeittherapie oder so, für deutlich sinnvoller, als sich auf einem Gruppenevent zu treffen und 30 Leute nehmen was, gucken, was kommt und ein oder zwei Therapeuten haben die Augen drauf. Das geht bei gut strukturierten Menschen, ist das toll, aber bei Menschen, die eben nicht so gut strukturiert sind, kann das auch total in die Hose gehen. Naja, und solche Leute landen dann bei mir und ich darf sie dann wieder auf die Schiene setzen oder so und ihnen helfen, das irgendwie zu integrieren. Genau. Also ich sehe die Möglichkeiten, ich sehe auch, dass es andere Möglichkeiten gibt, die ähnliche Räume induzieren können, wie eben holotropes Atmen oder Linding oder verschiedene Musik, also gerade auch binaurale Beats oder integrale Teilerarbeit, das ist das, was ich persönlich praktisch mache, aber natürlich hat die Verwendung von Substanzen eine Unmittelbarkeit, die weder durch holotropes Atmen noch durch integrale Teilerarbeit gegeben ist. Also ich habe den Stanislaw Grof 2008 gefragt auf dem LSD-Kongress, wenn er die Wahl hätte, LSD oder holotropes Atmen, was er benutzen würde, sagt er natürlich LSD. Also das Holotropa Atmen ist nur eine Ersatzmethode, um annähernd diese Räume zu induzieren, hat aber eben nicht die Intensität und die Unmittelbarkeit, die zum Beispiel die Verwendung von Substanzen hat. Aber man muss wirklich sehr genau wissen, was man tut, man muss vorsichtig sein, etc. Und insofern bin ich halt eher ein Vertreter dieser ärztlichen Richtung, wie die SEPT in der Schweiz ist und nicht so sehr ein Vertreter der psychedelischen Selbsterfahrung, die sich auch also die Widmerschule ist da im Prinzip die Hauptadresse. Was sie machen ist gut, das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Mir ist es eigentlich wichtig, dass die Benennung falsch ist, weil dadurch, dass sie es auch psycholithische Therapie nennen, gibt es ein Heilsversprechen, wenn sie es psychedelisch oder psycholithische Selbsterfahrung nennen würde, dann ist klar, okay, da gehe ich nicht als Kranker hin, sondern als jemand, der Erfahrungen machen möchte, die mich erweitern. Wenn ich wirklich krank bin, dann finde ich psycholithische Therapie in einem medizinischen Setting einfach besser. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil viele Menschen jetzt gerade, wie du es gesagt hast, durch den Wiederaufstieg der psycholithischen Therapie oder allgemein den Wiederaufstieg von Psychedelika, so das Gefühl bekommen, ah, diese Substanzen heilen mich, die können mich heilen, ich möchte das jetzt machen. Und viele Kinder natürlich einfach in die Selbsterfahrung das alleine zu machen, die ändert sich dann auch oft nichts, weil sie gar nicht so tief reinkommen. Und genauso kann es dann sein, dass sie in eine Therapie gehen, die gar keine richtige Therapie ist, sondern bei der es vielleicht auch vor allem auch um die Erfahrung selbst geht und das wieder nicht so viel hilft. Das Problem ist aber natürlich, es gibt nicht viele wirkliche Therapeuten, weil es halt illegal ist. Und was würdest du jetzt den Menschen dann raten? Also wenn jetzt jemand eine psychische Störung hat und hat gehört, Psychedelika können da helfen? Was ist jetzt der Go-To-Weg? Das ist halt eine Zwickmühle, also da gibt es im Moment keine Lösung, außer dass halt wirklich jetzt natürlich nicht durch Corona, aber alleine in den letzten fünf Jahren in verschiedensten Hauptstädten Europas an großen Unis wissenschaftliche Kolloquien und Konferenzen waren, dass es wissenschaftliche Studien gibt in der John Hopkins Universität in USA und in der Schweiz und an verschiedensten Stellen auch jetzt in Großbritannien, dass es da am Imperial College einen eigenen Lehrstuhl gibt für Psychedelika. Also es braucht einfach diese Umwege, bis es auch wieder einen gesellschaftlich akzeptierten, reglementierten Rahmen hat, in dem es stattfinden kann, gerade für Menschen, die eher schlecht strukturiert sind und aus richtigen krankhaften Störungen, sowas brauchen zum Beispiel posttraumatische Belastungsstörungen oder so, also was dann wirklich ein richtiger Hammer sein kann. Ich mache mir keine Sorge darum, der Underground wird weiter bestehen, ist völlig klar, ich meine auch in unserer normalen Körpermedizin gibt es ja auch die Heilpraktiker, die mit allen möglichen Methoden arbeiten, die die Medizin ablehnt und so und dort also in diesem Bereich sind, wo einfach auch die Selbstverantwortung der Klienten viel stärker gefordert ist und das wird auch in der Arbeit mit Psychedelika in der Zukunft so sein, dass es neben der medizinischen oder therapeutischen Strecke auch eine Selbsterfahrungsstrecke gibt und einen Underground und so, da bin ich ganz sicher. Ja. Und ich finde das auch okay, weil es einfach auch Menschen gibt, die da an der Stelle richtiger aufgehoben sind als bei einem Arzt. Es ist dann auch nicht damit getan, eine Therapie zu machen und Psychedelika zu nehmen oder sagen wir es mal so, also in meinem Geist ist es zumindest so, dass du dann so denkst, hey, voll das geile Werkzeug, das werde ich weiterhin in meinem Leben implementieren. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie jemand Psychedelika für sich entdeckt und das Potenzial darin entdeckt und irgendwann so sagt, tja, brauche ich jetzt nicht mehr, mache ich nie wieder. Oder? Was denkst du? Also das ist eben das Schöne. Durch meine 5-Meo-Erfahrung, also das sind im Prinzip Nahtoderfahrungen, ich habe das ja auch aufgeschrieben oder so, es ist nur Wiederholung und dann weiß man, das ist alles, mehr ist nicht. Und dann kann man es auch sein lassen. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Viele denken, ja, ich mache das jetzt ewig. Es gibt ja auch viele Althippies oder so, die das wirklich nur noch selten machen oder irgendwann auch ganz aufgehört haben, wo aber die Erfahrung, in der Jugend oder meinetwegen auch später dazu geführt hat, dass sie ein völlig verändertes Weltbild haben und ich bin schon der Meinung, ich meine, ich bin jetzt über 60, also für mich ist es vorbei, weil solange du das Gefühl hast, du kannst noch was Neues entdecken, dann wirst du diesen Weg weitergehen, aber in dem Moment, wo du wirklich im letzten Raum warst und das vielleicht noch zwei, dreimal überprüft hast und weißt, das ist der letzte Raum, da gibt es nichts mehr, dann kannst du das aus funktionellen Gründen immer nochmal machen, dann kann man, wenn man wach bleiben will, Amphetamin nehmen oder wenn man eine schöne Stunde mit seiner Freundin haben will, ein bisschen MDMA oder so, oder wenn man auf einem Trance-Festival tanzen gehen will, aber es gibt dann keine Notwendigkeit mehr, es gibt keine Notwendigkeit mehr, weil es gibt, also ich bin überzeugt davon, es gibt einen Moment, wo dir diese Substanzen alles gezeigt haben, was sie dir zeigen können und mehr ist nicht. Das Problem ist ja eben wirklich, wie du es auch vorher schon sagtest, nicht das zu erleben, sondern das Integrieren, das ist das eigentliche Thema, dass du wirklich begreifst, was da passiert und dass du das wirklich so integrierst, dass es ein Teil von dir wird und du also nicht nur dort sitzt wie im Kino und einen tollen Film siehst, sondern dass du mitkriegst, dass du dieser Film bist und dann, also es ist mir zum Beispiel permanent bewusst, dass hier niemand ist, dass wir und dass niemand sich mit niemandem unterhält, da brauche ich keine Substanzen für, das ist völlig klar. Ich verstehe, ja, also bei mir war es so nach meiner Fünf-Mehr-Erfahrung, dass ich in anderen Zuständen, also ob es dann danach weitere Psychedelika-Erfahrungen waren oder auch Meditation, auch Breathwork und so, dass ich immer wieder in diesen Raum, also ich war einmal in diesem Raum und jetzt kommt der Raum öfters vor. Ja, genau. So ist mein Gefühl. Er ist ja sowieso auch vorher immer da gewesen und du kannst dich eben jederzeit anbinden. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich mal wieder da war. Ja, dann haben Psychedelika im Prinzip keine andere Funktion als ein Kaffee am Morgen oder so, also man kann es machen oder nicht, ist es rein funktional, aber die Suche ist vorbei oder so und damit auch die Notwendigkeit. Okay, das ist echt ein ganz neuer Blickwinkel, den du mir da gibst. Eigentlich stimmt das so danach kommt ja nichts mehr. So, was suchen kann ich jetzt nichts mehr? Ich werde das jetzt mal mitnehmen oder gucken, was ich daraus mache. Und zu diesen Therapie Geschichten jetzt gerade mit Psychedelika, da hätte ich mal noch eine Frage, weil ich glaube, das ist ein ganz entscheidendes Thema. Du hast ja auch gerade gesagt, psycholithische Therapie, psycholithische Therapie eben als Selbsterfahrung oder wirklich mit einem Therapeuten und dann gibt es ja noch die psychedelische Therapie. Und kannst du mal sagen, was ist die psychedelische Therapie hingegen zur psycholithischen Therapie? Das ist im Prinzip eigentlich nur die amerikanische Version, die psychedelische Therapie. Die ist sehr stark am Schamanismus orientiert, arbeitet zum Beispiel mit Gruppensettings und auch mit sehr hohen Dosen von Substanzen. Also diese Unterscheidung ist ja schon in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts getroffen worden, in psycholithische und psychedelische, wo es also wirklich um überwältigende Erlebnisse geht. Also da kriegen die Leute halt meinetwegen ab 500 Mikrogramm LSD aufwärts, vielleicht beim ersten Mal schon auch, in dem Moment, wo es im therapeutischen Rahmen ist, wie bei Groff im Maryland Hospital, dann natürlich auch ärztlich begleitet oder so. Wogegen die psycholithische Therapie, wie sie in Europa entwickelt wurde, ist eher innerhalb einer Langzeittherapie und die Leute kriegen eher geringe Dosen, sodass sie zum Beispiel jederzeit nur ansprechbar bleiben oder so. Also nicht so überwältigen, dass du völlig weg bist und fast nichts mehr von deiner Umwelt mitbekommst, sondern so, dass im Prinzip du ganz normal weiterhin therapeutische Gespräche führen kannst oder so. Also diese Unterscheidung ist eher von historischem Wert, wird heute nicht mehr so gemacht. Ich glaube, heutzutage wird eher mit mittleren Dosen gearbeitet bei diesen ganzen Studien, die es da gibt mit Krebskranken etc. Es kommt tatsächlich auf die Erkrankung an. Ich habe da auch schon mit der Katrin Preller gesprochen und beispielsweise bei Depressionen ist es eine mittel bis starke und bei Alkoholsucht zum Beispiel eine sehr starke. Ja genau, das ist dann psychedelische Therapie, genau. Da geht es darum, den Leuten wirklich so eine absolute transpersonale Erfahrung zu vermitteln, dass sie eine Idee kriegen, mein Gott, wieso tue ich mir und meinem Körper eigentlich das an? Es geht ja auch, also ich persönlich bin ja zum Beispiel rein aus therapeutischer Sicht halte ich ja sowieso MDMA zum Beispiel für viel, viel wichtiger und existenzieller als die ganzen Tryptamine, weil diese ganze Kultur ist ein einziger Schrei nach Liebe. Also es gäbe kein Theaterstück, selbst in Horrorfilme wird noch eine Love Story eingebaut, weil ja, sonst würden sie nicht funktionieren. Und diese Herzöffnung und diese Angstfreiheit, die MDMA erzeugen kann und sich in diesem Zustand seine eigenen Verletzungen anzuschauen, das denke ich, interessiert viel, viel mehr Menschen als zum Beispiel mit Tryptaminen transpersonale, spirituelle Erfahrungen zu machen. Irgendwann wird das auch kollektiv gesellschaftlich dran sein, aber im Moment geht es erstmal darum, Verletzungen zu heilen und da halte ich zum Beispiel MDMA, also die therapeutische Verwendung von MDMA für viel, viel geeigneter als Tryptamine. Ah, naja. Wie sieht es dann aus mit so einer MDMA-Therapie? Ist es dann auch so psycholithisch, also jemand nimmt MDMA und wird dann von jemand anderem befragt? Genau, begleitet und die Themen werden angeschaut etc. Also ich vermute, dass du MDMA schon mal genommen hast, dass ich dir das nicht erklären muss und du weißt ja, du bist voll ansprechbar, du kannst dich fokussieren auf ein Thema. Also wenn man Selbsttherapie machen will, das Einfachste, was man machen kann, ist zum Beispiel sich Fotos all seiner früheren Partnerinnen nehmen oder seiner Eltern und Großeltern und sich in dem MDMA-Zustand vor diese Fotos zu setzen und zu schauen, was lösen die in mir aus. Da kriegst du schon mit, wo vielleicht noch irgendwas im Argen liegt etc. und kannst daran arbeiten. So einfach funktioniert das zum Beispiel. Aber dann sind solche MDMA- Erfahrungen auch durchaus nicht einfach nur, du bist einfach nur glücklich. Nein, 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 nein. Also wenn Menschen an ihre Verletzungen kommen, sie haben den Mut, weil sie in einem angstfreien Raum sind, diese Verletzung zu konfrontieren. Aber natürlich würden die Weinen vor Schmerz oder so, klar. Also ich habe selber damals Erfahrungen gemacht mit MDMA, die durchaus nicht witzig waren. Aber wo ich völlig mit einverstanden war, wo ich mich nicht gegen gewehrt habe, normalerweise versucht man ja in der Psychotherapie auch erstmal seine Verdrängungsmechanismen und seine Widerstände so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Und das wird eben durch MDMA unterlaufen. Und man ist einverstanden damit, sich mit seinen eigenen seelischen Verletzungen zu konfrontieren und sie dadurch zu integrieren, die nicht gefühlten Gefühle zu fühlen, zu verstehen, was da eigentlich gelaufen ist und das dann als Teil seiner Geschichte anzuerkennen. Verstehen. Das ist ja eigentlich der eigentliche Prozess. Also ich bin ein Mensch, dem dieser Satz, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben, wo sich mir wirklich die Fußnägel hochrollen. Nein, eine beschissene Kindheit ist eine beschissene Kindheit, aber sich damit zu versöhnen, das ist das Kunststück. Sich damit zu versöhnen, also ich kenne es auch von mir, also ich habe da auch viel Arbeit gemacht. Ich glaube, das Ziel ist, dass du so die Kindheit anschaust, jeden Moment, egal was war, und es triggert nichts mehr. Es triggert nicht mehr irgendeine Emotion. Genau, das sagte ich ja mit den Fotos, wenn du dich vor die Fotos setzt, dann merkst du genau, wo dich noch was triggert, ob du mit deinem Vater oder deiner Mutter tatsächlich im Reinen bist oder mit der ehemaligen Freundin oder wo es dich noch triggert. Das finde ich richtig gut, das finde ich richtig gut. Da haben wir die letzten Jahre auch, ich meine, das habe ich gemacht die letzten Jahre. Ich habe aufgeräumt, ich habe alles aufgeräumt, auch zum Beispiel mit Ex-Freundinnen. Ich habe alle dann irgendwann, alle dann auch angerufen. Also zum Beispiel habe ich jemanden angerufen oder gesagt, hey, lass da nochmal drüber sprechen, lass das abschließen. Es kann nicht sein, dass irgendwas in meiner Vergangenheit nicht angeschaut werden möchte, weil ich glaube, das beeinflusst mein Leben sonst negativ. Ja, ja, genau. Um Verzeihung bitten und sich selber auch zu verzeihen, dass man unvollkommen ist und das auch sein darf. Das sind so ganz wichtige Momente, um solche Sache dann ins rechte Lot zu rücken. Das finde ich sehr gut. Hast du jetzt da Erfahrung auch mit psycholithischer Therapie? Kannst du da aus dem Nähkästchen plaudern? Es ist verboten in Deutschland, aber natürlich... Ach, ist verboten? Na, scheiße. Aber natürlich kriege ich durch die SEPT... Wir sind doch nicht in Deutschland, wir sind doch gerade in... Du bist in... Nicht in... Du bist ja auch nicht, du bist... Wo sind wir? Warte, wo ist das legal? Also durch die SEPT kriege ich natürlich einfach ein bisschen was mit, klar, ne? Und ich selber habe ja auch genügend Erfahrungen in meiner Jugendzeit, kann ich ja nicht sagen, weil die Wende, als die Wende war, war ich ja schon 30, also ich bin ja jetzt über 60 oder so. Ich bin ja hier einer... Du machst ja eine Sendung für junge Leute, ich bin ja hier ein echter Rentner. Nee, nee, das stimmt gar nicht. Also meine Zuhörer, die sind wirklich... Also ich kann es kurz schauen. Okay, musst du nicht. Doch, doch, das müssen wir jetzt kurz gucken. So, hier, guck mal. Age. Hier, ein Prozent der Zuhörer sind über 60. Okay. Fünf Prozent der Zuhörer sind über 45. Okay, na gut, sind nicht so viele. Ja. Ich meine, ich mache mir viel Gedanken darüber und ich schreibe ja jetzt im Moment ein Buch und da werde ich auch sehr detailliert beschreiben, wie eine psycholithische Therapie der Zukunft vor dem Hintergrund des integralen Bewusstseinsmodells aussehen könnte. Aha. Also das wird sozusagen fast so was wie ein Leitfaden sein. Es gibt ja schon ein paar gute Leitfaden, zum Beispiel von der Frau Meckel-Fischer oder dieses Buch Eintritt in heilende Bewusstseinsräume, was gerade für die Selbsterfahrung zum Beispiel ein sehr gutes Buch ist. Und ja, bei mir kommt eigentlich nur hinzu, dass ich das vor dem integralen Bewusstseinsmodell beschreibe, was eben mir deshalb wichtig ist, weil es viele elegante Erklärungen für verschiedenste Phänomene liefert, die andere Bewusstseinsmodelle nicht so liefern. So ein Beispiel einfach Stanislaw Skroffs Topografie des Unbewussten. Ah, habe ich gelesen, ja. Genau, differenziert das Unbewusste ja nicht stärker, sondern das kann alles passieren und es ist also nötig, durch holotrope Zustände zu gehen, um Erleuchtung oder Spiritualität zu erlangen. Demzufolge hätte kein Zen-Buddhist oder indischer Yogi erleuchtet werden dürfen, weil die haben alle kein holotropes Atmen gemacht oder so. Also zu begreifen, dass es verschiedene Räume gibt, verschiedene Bewusstseinsräume und dass verschiedene Substanzen in diese verschiedenen Räume führen. Und dass zum Beispiel, wenn man beim holotropen Atmen spirituelle Erfahrungen macht, halte ich das für ein Artefakt. Also für etwas, was eben mit passiert, weil die allgemeinen Verdrängungsmechanismen aufgehört werden. Aber eigentlich geht das holotrope Atmen in den individuellen Schatten, wogegen eben zum Beispiel Tryptamine viel stärker ins Transpersonale, also ins Subtile oder Kausale Unbewusste gehen. Aber weil sie sehr unspezifisch sind, können da natürlich auch persönliche Verletzungen aus dem individuellen Schatten mit an die Oberfläche treten. Aber die werden dort in diesem Modell sehr genau verortet. Du kannst dann ganz genau sagen und kriegst auch mit, welches Phänomen zu welchem Raum gehört. Und das finde ich, also diese räumliche Verortung der verschiedensten Phänomene, die damit möglich ist, die finde ich zum Beispiel viel differenzierter und konkreter als das bei Stanislaw Kroff ist, der das alles in einen Topf wirft. Aber ich meine, er ist 20 Jahre älter und hat viel früher angefangen und ist natürlich, also ich habe auch fast alle Bücher von ihm gelesen und wir sind ja im Prinzip jede Generation entwickelt, selber weiter. In 20, 30 Jahren werden die Leute über meine Bücher sich ja auch sagen, mein Gott, was war das für ein Anfänger. Ist völlig okay, so ist das Leben. Das eine Bewusstsein wird immer wacher und bewusster und konkreter. Und Eckart von Hirschhausen war es, der hat gesagt, Wissenschaft ist der aktuelle Stand des Irrtums. Finde ich großartig, den Satz, der beschreibt es perfekt. Und der Irrtum bleibt immer gleich, also es bleibt immer Irrtum da, wir werden es nie ganz kapieren. Genau, aber es entwickelt sich weiter, es gibt immer neue. Was erhoffst du dir denn, wo es sich hinentwickelt? Jetzt mal, lass uns mal da richtig faktisch hier so Deutschland, was glaubst du, wird sich da tun oder was erhoffst du, was sich hier tun wird? Also da wird es ein bisschen schwierig. Ich sage gerne, ich bin ein Manifester oder irdischer Pessimist, aber ein kosmischer Optimist. Wenn diese Erdentwicklung linear weitergeht, sehe ich schwarz. Da ich aber die Wände mitgemacht habe, weiß ich, dass es nicht lineare Sprünge gibt. So wie dieses Jahr. Und ja, Corona ist zum Beispiel ein nicht lineerer Sprung, aber die Wirkung ist eher deprimierend. Das ist jetzt noch nicht das, was ich mir erwünscht habe. Ja, das kann eine Invasion von Außerirdischen sein oder es kann sein, dass wir haben ja auch irgendwann mal erlebt, die Raumzeit zu begreifen. Das ist ja eine Fähigkeit, die zwar in den Gehirnen früherer Völker oder Kulturen angelegt ist, die die aber nicht hatten. Es hat also auch Sprünge in der Bewusstseinsentwicklung gegeben. Es gibt sogar richtig so eine kognitive Wende innerhalb der Weltgeschichte, wo sich der Mensch sprunghaft vom Affen gelöst hat. Kognitive Revolution. Eine kognitive Revolution. Eigentlich wünsche ich mir, dass wir irgendwann mal so einen Sprung machen, dass wir so leben, als ob wir ständig auf LSD sind. Das ist also das, was im Moment ein außergewöhnlicher Bewusstseinszustand ist, den man durch Meditation oder kritische Lebensereignisse oder Fasten oder Substanzen induziert, dass solche Erfahrungen einfach frei zugänglich werden, ohne dass man da Hilfsmittel braucht oder so, dass die Teil unserer Bewusstseinskultur werden. Das wäre das, was ich mir wirklich erhoffe. Und das hätte natürlich eine riesen Auswirkung, weil in dem Moment, wo man sich mit allem verbunden fühlt, dann werden solche Sachen, wie sie inzwischen USA, Russland und China laufen oder so, völlig absurd. Also, wer schadet sich selbst? Das Ego, das böse Ego. Naja, das noch halb schlafende Ego oder unbewusste Ego, nicht böse, sondern unbewusst, das ist ja durchaus nützlich, aber es ist schwierig, wenn der Diener der Chef sein will. Geil. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, das du da jetzt gerade genannt hast. Okay. Dann schauen wir mal, ob das in Zukunft auch so wird. Ja, das wäre das, was ich mir wirklich wünsche, dass es ein wirklich so kollektives Wachwerden gibt, dass es also eine weitere kognitive Revolution gibt. Ich habe mir das sogar tätowieren lassen. Oh. Also, ich kann es dir jetzt nicht zeigen, das ist auf meinem Bein. Praktisch die Evolution des Menschen, er ist Affe und dann wird er immer aufrechter und dann irgendwann Mensch. Und die nächste Evolutionsstufe ist dann sozusagen die geistige, die spirituelle, die Erwachungs, ist der nächste Schritt. Ja. Das finde ich ein schöner Gedanke, dass das irgendwann mal so sein wird. Wer weiß. Ja, das hoffe ich. Gut, Wolf. Dann danke ich dir, dass du da warst. War ein geiles Gespräch. Gerne, gerne. Und dir liebe Grüße nach Mitte Amerika, wo es jetzt sicher sehr schön warm ist. Es ist warm, ja. Die Klimaanlage läuft auf Hochtouren. Okay. Ciao, ciao. 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 Ciao.